Was geht ab ihr creepy Nachtwüchse? Willkommen zurück zu einem neuen Video. Freunde, habt ihr euch schon mal überlegt, was passiert, wenn man seine eigene Nummer anruft? Habt ihr das schon mal ausprobiert? Ich habe das damals auf jeden Fall, glaube ich, schon mal gemacht und da ist wie immer nichts passiert. Aber im Internet gibt es einige Mythen darüber, dass doch was passieren soll, wenn man seine eigene Nummer anruft. Und vor allem soll man nicht ans Telefon gehen, wenn man von seiner eigenen Nummer angerufen wird. Dazu gibt es auch ein paar sehr mysteriöse Vorfälle. Ich würde sagen, wir knüpfen auch direkt hier an, denn es gab 2018 weltweit Berichte darüber, dass Menschen von ihrer eigenen Nummer angerufen wurden. Nur sehr wenige Medien haben von diesem Phänomen berichtet, also es gibt sehr, sehr wenige Informationen dazu. Aber wenn ihr sucht, könnt ihr im Internet ein paar Sachen darüber finden. Die Leute bekamen einen Anruf von ihrer eigenen Nummer und sahen auf ihrem Display und da stand einfach nur Me. Auf jeden Fall in dem Moment sehr, sehr creepy. Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr einen Anruf von eurer eigenen Nummer bekommen würdet? Also in der Regel gehe ich einfach gar nicht ran, wenn mich irgendeine unbekannte Nummer anruft, beziehungsweise ich habe es eh so eingestellt, dass mich unbekannte Nummern gar nicht anrufen. Oder wenn mich irgendeine Nummer anruft, die ich nicht kenne, also da gehe ich auch erstmal nicht ran. Ich versuche erstmal zu googeln, was das für eine Nummer ist und was die Person von mir möchte. Man soll auch generell nicht ans Telefon gehen, wenn man nicht weiß, woher die Nummer ist, beziehungsweise man sollte sich erstmal auf das Gespräch vorbereiten. Denn das ist auch teilweise die Strategie von vielen Verkäufern, die dir ja versuchen irgendwas übers Telefon anzudrehen, die du erwartest halt nicht, was jetzt abgeht und dann kann man dich viel leichter um den Finger wickeln. Deswegen immer schauen, dass ihr vorbereitet seid, bevor ihr in ein Gespräch geht. Am besten gar nicht rangehen und dann zurückrufen vielleicht. Erstmal so recherchieren, was abgeht und dann zurückrufen. Aber darum geht es nicht. Wenn ihr von eurer eigenen Nummer angerufen werdet, dann gehe ich mal sehr stark davon aus, dass eure Neugierde größer ist als eure Angst und ihr dann rangeht. Und das ist bei den meisten passiert, die sind rangegangen. Was denkt ihr? Wer war auf der anderen Seite der Leitung? Etwa Josh? Nein. Eine verzerrte Stimme meldete sich und sagte, ihr Handy wurde gehackt. Bitte beantworten sie uns folgende Fragen, um ihre Identität zu verifizieren. Also im ersten Moment geht man davon aus, dass die Person, die dir Fragen stellt, dein Handy gehackt hat. Aber es soll eher den Anschein erwecken, als hätte man sozusagen dein Handy gefunden oder dich halt auswendig gemacht. Und man möchte es dir wiedergeben oder möchte es irgendwie freischalten. Und deswegen soll man personenbezogene Fragen beantworten. Die Fragen, die gestellt wurden, waren extrem persönlich. Adresse, Familienstand, Notfallkontaktpersonen. Also schon Informationen über andere Leute, also gar nicht mehr über euch selbst, sondern auch noch Leute, die was mit euch zu tun haben. Also schon extrem frech. Freunde, generell, wenn irgendjemand solche Daten von euch möchte, dann beantwortet sie nicht. Geht davon aus, dass das irgendeine Betrugsmasche ist oder man euch damit auf jeden Fall nichts Gutes tun möchte. Was hat es jetzt mit dieser Nummer oder was hat es jetzt mit dieser Person hinter dieser Nummer auf sich? Es handelt sich hierbei einfach nur um Scam. Um irgendwelche Betrüger, die versuchen an eure Daten zu kommen, um diese dann zu verkaufen oder euch wirklich zu hacken oder sonst was. Wie man das einstellen kann oder wie diese Betrüger das hinbekommen haben, dass dich deine eigene Nummer anruft oder du siehst, dass deine eigene Nummer dich anruft, verstehe ich nicht. Aber mittlerweile ist eh alles möglich und die Betrüger und Hacker werden immer geskillter, was das angeht. Deswegen wundert es mich nicht, aber es muss schon gruselig sein, wenn du von deiner eigenen Nummer, stellt euch das mal wirklich vor. Ihr kriegt einen Anruf und guckt, hey, das ist doch meine Nummer oder das steht mein Name daran. Am besten noch mit einem Bild von dir, also mit deinem Gesicht noch drauf. Das wäre schon gruselig. Es gibt eine alte Horror-Story, die sagt, dass du niemals rangehen sollst, wenn du von deiner eigenen Nummer angerufen wirst. Denn scheinbar bist du dann automatisch Teilnehmer eines Spiels, das gerade beginnt. Das hat echt was von einem Horrorfilm, aber diesen Mythos gibt es wirklich. Angenommen, ihr beantwortet den Anruf von eurer eigenen Nummer und sagt zum Beispiel Hallo, dann hört ihr erstmal nichts. Und dann hört ihr euch auf der anderen Leitung selber, wie ihr auch Hallo sagt. Alles, was ihr sagt, wird auf der anderen Leitung wiederholt. Das heißt, wenn ihr irgendwie Fragen stellt, wer ist da, was geht ab, dann hört ihr genau dasselbe, wer ist da, was geht ab und so weiter. Was hat es damit auf sich? Jeder von uns soll ja bekanntlich einen Doppelgänger haben. Und was passiert, wenn ihr dieses Spiel beitretet? Ihr telefoniert mit eurem eigenen Doppelgänger. Und dieser kann durch die GPS-Daten eures Handys euren Standort tracken und kommt zu euch. Und denkt dann nicht, dass er mit euch Bubble Tea trinken geht oder so. Er kommt, um euch zu töten. Da das euer böser Doppelgänger ist, wird es keiner merken, dass ihr tot seid. Denn er wird jetzt euren Platz einnehmen. Dasselbe soll wohl auch passieren, wenn ihr eure eigene Nummer anruft. Also gar nicht nur, wenn ihr von dieser angerufen werdet, sondern wenn ihr diese Nummer wählt. Deswegen Leute, geht auf Nummer sicher, probiert es gar nicht das aus. Wobei ihr das jetzt wahrscheinlich erst recht ausprobieren werdet, so wie ich euch kenne. Nein Leute, lasst die Finger davon, vielleicht mache ich das ja mal in dem Video. Weiter geht es mit einer Story namens Nummer-Nachbarn. Jeder von euch da draußen hat einen Nummer-Nachbarn. Was genau ist aber ein Nummer-Nachbar? Ich versuche das jetzt schnell und unkompliziert zu erklären. Ihr habt ja eure Nummer und die letzte Nummer von euch müsst ihr austauschen gegen eine Nummer, die drüber ist oder eine Nummer, die drunter ist. Zum Beispiel, ihr habt die Nummer 0800, sechs mal die sechs. Und dann tauscht ihr die letzte Zahl, wieso lacht ihr, wieso lacht ihr? Und dann tauscht ihr die letzte Nummer gegen die fünf oder gegen die sieben. Und das sind dann eure Nummer-Nachbarn. Ihr habt einen Nummer-Nachbar über euch und unter euch. Und dazu gibt es auch eine Story, beziehungsweise mehrere Storys. In einer dieser wurde eine Person von seinem Nummer-Nachbarn angeschrieben mit Hallo. Die Person, die angeschrieben wurde, hat dann zurückgeschrieben, Hallo, wer bist du, wo hast du meine Nummer, was willst du? Und dann kam erstmal nichts. Die Person, die angeschrieben wurde, war verwundert, was geht da jetzt ab? Aber scheinbar wollte dieser Nummer-Nachbar erstmal ausprobieren, ob das funktioniert. Nach kurzer Zeit später hat die Person aber dann geantwortet und geschrieben, ich bin in deinem Garten. Scheinbar kam es auch anschließend zu einem Einbruch. Die Polizei wurde alarmiert und das hat so ein bisschen seine Runden gemacht. Aber das ist total random. Das macht auch gar keinen Sinn irgendwie. Aber es ist eine der Storys. Ja, und 2019 war es wohl eine Challenge, seine Nummer-Nachbar random anzuschreiben. Ja, also dass du deine Nummer angibst, die letzte Zahl änderst zu einer höheren oder niedrigeren und dann einfach geschrieben, Hey, hallo, Nummer-Nachbar. Und die Leute, die halt diese SMS bekommen haben, haben nicht gecheckt, was abgeht. Manche haben natürlich geantwortet, wer bist du, was willst du? Und diese Verläufe wurden dann im Internet gepostet. Es gibt noch ein paar andere Storys zu dieser eigenen Nummer. Falls euch dieses Thema interessiert, falls ihr es spannend findet, dann googelt danach. Oder vielleicht mache ich nochmal ein Video darüber. Aber was ich auf jeden Fall vorhabe, ist, dass ich meine eigene Nummer anrufe mit euch. Und dass ich dieses Nummer-Nachbarn-Game mal ausprobiere. Also nicht nur, dass ich der Person schreibe, sondern ich versuche einfach mal random jemanden zu erreichen. Also ich rufe da mal an, meine Nummer-Nachbar. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich das machen soll. Ansonsten war es das mit dem Video, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Dankeschön fürs Einschalten. Habt eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.